Hallo Leute, Willkommen zurück zu Yoshi's Island aka Super Mario World 2 mit Kirane World 3. Ja, das bin ich. Welcome to Monkey World. Oh, guck mal, da sind deine Verwandten. Ja, und deine auch. Ja. Oh, yeah. Aber diese Steuerung ist ein bisschen... Alter, ich könnte einen Monkey fressen. Ja, du dumme Sau. Wieso dumme Sau? Weil du Monkeys frisst. Na und? Ui, oh, die Arme. Alter, der ist jetzt ohnmächtig. Zack und weggesnackt. Komm der. Die ganzen Dinge da. Mhm. Was denn? Nichts. Oh, yeah. Okay. Ah, jetzt. Okay. Okay. Ich liebe es, dass meine Camper mir immer Geld schenken. Würde mir auch gefallen, wenn irgendwelche Leute mir immer Geld schenken. Ja, die sind ja nicht irgendwelche Leute, die wohnen hier bei mir. Hm. Nutz meine Campinganlage. Kleine Schmarotzer. Mhm. Sind das gut Schmarotzer, als es auf einem Geschäft ist? Weißt du? Hm. Was ist das für ein Schlamm hier? Ach, das ist so eine Art Schlick-Ding. Ich verstehe. Oh, ich liebe Schlick. Was warst du schonmal im Wattwandern? Ich war nur im Schlick. Reden wir vielleicht vom Gleichen? Schlick ist doch so brauner Matsch quasi. Und da sind auch so Würmer drin. Kann sein. Aber ich glaube Schlick sagt man aber auch nur so an, so Teichen oder Flüssen oder sowas. Kein Plan. Mit Watt meint man ja dann, ähm, hier die, die, die... Wie heißen sie? Von, von, von... Von Nord- und Ostsee da, weißt du, was ich mein? Quasi dieser Meeresboden, der dann auftaucht, wenn bei... Ja, das ist doch Schlick. Nein, nein. Das ist Watt. Nicht die Energieeinheit im, in, in, in Strom da. Ich weiß. Ich weiß, dass es auch Watt gibt. So als, als... Quasi Boden oder sowas. Aber ich kenn's halt als Schlick. Weil ich so einen, so einen Lübzellander. Keine Ahnung. Ich bin mir da nicht sicher. Wer, wer, wer? Ich. Ich. O. Wie, wer, wer? Wie, wer? O. O. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ich glaube wir haben sogar hier in Super Mario World 2 angesprochen. Über das Spiel was du spielst. Kann sein, ja. Jetzt, da du jetzt schon ein bisschen davon ein paar Tage gespielt hast. Wie sehen deine Bewertungen oder Wunden? Wundenwertungen. Gut. Oder worauf wolltest du hinaus? Ich wollte einfach, dass du darüber redest, wie da... Naja, du magst das Spiel ja nicht so, aber ich mag es sehr gerne. Ja, das ist doch in Ordnung, wenn du es magst. Ich muss ja auch nicht alles mögen, was du magst. Ich weiß. Wahrsam. Aber lohnt sich der Download? Ja. Alle, die es gedownloadet haben und was sonstige eine Bekostung mögen, finden das Spiel bisher gut. Mhm. Ich habe mehrere Freunde, die sich das schon runtergeladen haben. Nein! Nein. Was ist jetzt passiert? Das ist nein. Ja, tut mir leid, dass ich auch noch Freunde habe. Nein, hä? Darum geht es doch gar nicht. Ja, ja, ja. Okay, okay. No, 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 no. Geht noch. Oh, yeah. Da haben sogar alle Blumen gefunden. Oh, oh, oh. Das ist doch gut. Ja, das ist doch schön. Ich mag ja im Prinzip bei Animal Crossing auf dem DS. Ja und das wohnen für 10 auch. Ja, aber das auf dem Handy geht mir halt voll auf den Sengladen. Wieso? Ja, ich habe das halt gespielt und mir ist das Handy dafür einfach zu groß, um das mit den Daumen zu steuern und... ... und du musst ja nur drauf tippen, wo du hinlaufen willst. Ja, trotzdem. Wie ist denn das Handy zu groß? Ja, es ist mir halt zu groß. Ja, aber der DS ist ja noch größer. Ja, aber der hat Knöpfe. Ja, aber das Touchding ist ja hier voll intuitiv und funktioniert gut. Natürlich funktioniert das gut. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht gut funktioniert, nur mir ist dafür halt mein Handy persönlich zu groß, damit ich das angenehm spielen kann. Also ein Handy darf für mich auf keinen Fall größer sein als das jetzige. 5 Zoll, ne? Ich habe keine Ahnung, wie viel das hat. Doch müsste, ich habe 4,7. Ja, und du kannst gar nicht mitreden über meinen Pain. Ja doch, das war mein Handy früher. Natürlich so. Woah! Woah! Eieiei! Woah! No 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 no! 독klik거를... juu! Das war knapp! Jo, fliegt das mathematical los! Oder was? Da ist der Schlüssel! Alter, was ist das? Wie was? Ah, ich hab doch... Ah, ja, da... Nein, 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 nein. Okay, dann sind wir ja durch, dann ist gut. Woa woa. Oh yeah. Ach komm schon. Oh fuck. Ich arbeite halt gerade daran, neue Camper zu mir nach Hause zu holen. Dafür muss ich verschiedene Dinge bauen. Und dafür sammle ich halt gerade die Materialien. Wie meinst du mit Dinge bauen? Na, man muss ja Möbel bauen. Kann sein, das weiß ich nicht unbedingt. Oh Gott. Weil du noch das Tutorial, also ich glaub du bist sogar im Tutorial, oder? Ich weiß nicht, also das Tutorial hab ich glaub ich gespielt, aber mehr erst auch nicht, weil... Ich weiß nicht, das ist mir einfach zu umständlich auf dem Handy sowas zu spielen. Aber ich bin eh kein Handyspieler tatsächlich. Also man kann mit mir sehr schwer nur mit Handy spielen, auch nur einen Funken Geld verdienen. weil ich eigentlich ungern auf Handy zocke, weil... Äh, wie heißt das? Ich hab keinen Bock da hoch zu gehen. Ähm... Oh Gott... Mama Mia... Mama Mia? Ja. Mama Mia... Here I go again... How can I resist you? Weißt du mit was ich gerade das Lied verbinde? Frauentausch. Mit irgendeinem Assi-Bullshit von RTL 2. Ja, Frauentausch. Das ist normal. Das ist normal. Dass du es damit verbindest. Echt, wieso? Ich kenn das Lied glaub ich aber sonst auch nicht. Echt nicht? Ich glaub nicht. Nee. Ich kenn das bestimmt nur von dort. Ich kenn mich. Ja, du kennst die andere Sachen. Ich kenn selten Lieder. Weil ich mir nie was anhöre. Aber... Hm. Wurp 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 wurp. Wurp 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 wurp. Kuschuhr, Einwohner hier. Zack zack weg, Snack. Wurp 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 wurp. Wurp 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 wurp. Oh man. Okay, das haben wir geschafft. Nice, schon wieder alle Blumenmuskeln. Glaub mit mir. Du noch? Irgendwie haben wir einen Schlüssel gar nicht gebraucht. Was ist denn da los? Hm. Bonus-Challenge! Magst du Bonus-Challenges? Ich weiß es nicht. Oh Gott, schon wieder das hier. Mach einfach Stopp! Alter! Drei Leben ab! Drei Leben ab! Ja! Oh yeah, das dritte Level schon. Nap-Enuts Domain. Was? Super. Hier ist auch ganz viel von diesem Schlamm. Merkwürdig. Was? Yoshi rast nicht auf. What the fuck? Du bist schon lustig. Du bist schon lustig. Woah! In den ganzen Schlamm gibt es irgendwelche Stämme, die Affen fressen. Bar! Was bar? Ja bestimmt, aber das ist doch voll barer. Wieso? Na Affen? Quasi uns selbst. Affen sind süß. Tja. Was sollen wir machen? Mhm. Es gibt alles, ne? Man sagt es so schön, es gibt nichts, was es nicht gibt. Mhm. Regel 43. Es gibt alles im Internet. Du musst nur danach suchen. Mhm. Und Regel 34. Wenn es existiert, gibt es davon Porn. Ja. Keine Ausnahme. Ja, das stimmt. Immer so. Ich sag nur Tobi. Mhm. Mhm. Es fehlt aber noch die guten von Tobi irgendwie. Ich dachte, du bist jetzt nur so Bullshit. Ja, ne. What the fuck? Na okay. Was denn was für komische Vögel? Die gepunktete Hosen anhaben? Ich weiß auch nicht. Oh Gott. Die Affen sind ja richtig gemeingefährlich. Na, 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 na. Komm her, Affe. Haha, ich hab dich geschnappt. What the fuck ist das für ein Shy Guy? Ich liebe die Affen. Vor allem, ich liebe die Melonen. Wieso? Damit kann man voll schießen. Du magst schießen. Irgendwie schon. Komm ich hier rein? Kann ich hier durch? Nein. Oh, lalala. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Was soll das? Was soll das? Wieso hat da eine größere Lanze als die anderen? Naja, stimmt. Da passiert ja nichts. Stimmt. Du hast es laut gesagt. Ah, guck mal. Da krieg ich hier so ein Sonnenblümchen. Okay. Okay. Was? Ah, Helikopterzeit! Ja. Oh, Jesus. Oh, wie cool. Guck mal, dieser Shy... Ah, jetzt hasse ich's ihm wieder nicht. Okay, okay. Okay, okay. Geh nicht ins Wasser stürzen. Danke. Ich hab was abbekommen. Ekelsau. Ja. Was ist das? U-Boot. Geil. In einem Level zwei verschiedene verwandeln. Das findest du jetzt cool. Alter, richtig Steeldiver. So dürfen ein Wasserlevel sein. Ohne Spaß. So einfach zu steuern. Alter, der hat so Torpedos zum Schießen. Oh Gott, der Kugelfisch geht nicht kaputt. Oh fuck. Schwimm. Ey, ist das cool. Fuck. Das war dumm. Nein! Da hab ich's fast geschafft. Na gut. Im November hab ich sogar ein Video über Steeldiver gemacht. für den 3DS. Aha. Mhm. Das war eigentlich so eine spontane Eingebung. Ich glaub, ich hab das nicht geguckt. Na. Sei doch nicht so enttäuscht. Bin ich nicht. Naja. Ja. Oh. Oh. Kommt runter. Du, 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 du. Yo, du fuckfisch. Ey, lass mich in Ruhe. Alter, crazyfisch. Lass mich in Ruhe. Wir sind nicht bei Pimp Mariah. Äh. Nein. Yoshi, schwimm bitte. Yoshi. Wow. Yoshi, schwimm. Ja. Wie kommt eigentlich Mario dann auf die andere Seite von solchen Fahrzeugabschnitten? Das weiß ich nicht. Das ist halt die Magie der Mario-Spiele. Nein! Ist dir etwas widerfahren? Ja. Mir wird das Baby geklaut. Wo ist das Baby? Dust. Kennste das? Ist das von den Dinos? Nein. Dann glaub ich, kenn ich es nicht. Das hast ich dir schon mal gesagt. Das ist von Ice Age. Ah, ja, 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 ja. Okay. Wo ist das Baby? Nein. Ist nicht so. Das ist lustig. Mein Film. Hab du blöder Frosch. Ba. Hey Frogo, geh weg. Oh Gott. Nein! Der snackt einfach das Baby weg. Der Fucker. Oh Scheiße. Ich war Menschenfresser. Was ist dein Lieblingskannibale? Oh, oh, oh. Bitte was? Was ist dein Lieblingskannibale? Zählt auch eine Yu-Ryu-Karte? Menschen haben keine Lieblingskannibalen? Nein. Ach so. Okay. Was ist das? Wieso guckst du dich so an? Ach no. Wieso zum verfluchten Teufel hat man irgendwie einen Lieblingskannibalen? What the fuck? Was ist das für Mr. Krabs? Ernsthaft? Wegen der Sackkasse? Geh ich hier rein? Ich suche noch einer einzigen guten Powerbank, ja? Wieso suche noch Powerbank? Wir haben doch zwei Stück. Ja, aber ich suche eine bestimmte. Und es gibt die einfach nur ausländischen Shops. Was ist das für die Pokémon Powerbank? Nein. Sondern? Äh, kennst du nicht mehr. Hello Kitty? Nein! Na gut. Warum soll ich meine fucking Hello Kitty trauen holen, Junge? Ich hab keine Ahnung. Wow, es regnet. Sterne. Komm, die geht hoch. Hier werden alle Gegner schon zusammen gemixt. What the fuck ist hier los? Das Gegnerziel hab ich gesagt. Ja, das Ziel halt, ne? Das ist nämlich auch so ein Brainfart, oder? Ja, das ist ein richtiger Kurzschluss. Ja, ich hab's gemerkt. Es ist eh Zeit für den Cup, also. Nein. Natürlich! Nein! Wir machen immer vier Level. Und das ist jetzt das? Jetzt kommt das Viertel. Oh ja. Prinz Froggy's Fort. Oh. Oh. Ist das nicht ne Musik aus Zelda? In etwa? Kein Plan, ich weiß nicht. Ach, das... Da sind Stacheln. Das hätt ich jetzt nicht gedacht. Yes, please. Wir waren jetzt noch nicht so weit, dass es sich irgendwie lohnt, äh... Es wird so spulen, wie ich finde. Hm. Okay, wir sind voll. Da-da-da-da-da. Was ist dein allerliebstes Lieblingsspiel auf der ganzen Weitenwelt? Hm. Ich hab keine Ahnung. Okay. Und eins... Yo, du fuck-fisch! Alter! Lass mich in Ruhe, Fisch. Nein, das ist ne böse Sonne! Das ist ne böse... Komm, komm, komm. What the fuck... Ich hab... Oh nein! Oh, jetzt so Pfannkuchen, das wäre irgendwie... Was? Pfannkuchen. Wieso Pfannkuchen? Weil die lecker sind. Ja, aber... Why? Ja, warum nicht? Pizza. Bah. Pizza geht immer. Ich. Okay, jetzt hüpft er nicht. Schnell dahin. Wo kommen wir hier raus? What the... Wo kommen wir hier? Sollen es ja so zwei Krebs sind? Keine Ahnung, so zwei Krebses sind. Ich liebe es doch Krebs. Nur weniger geizig. Okay, das war eigentlich so ein Aufpower-Rule, whatever. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich muss die da rüber. Nein, nein, nein! Oh, nein! Oh, das hat... Oh, das hat... Baby, baby... Baby, baby... Okay, das ist... Wie ist das so spiel bisher so? Ja, ganz okay. Du warst ganz okay. Ja. Also ich finde, es ist nicht so gut wie Super Mario World 1, aber... Man kann... Man kann... Man kann damit arbeiten. Okay. Finde ich. Da ist doch schon mal was. Also ich habe auch schon deutlich schlechtere Spiele gespielt. So ist es jetzt nicht, ne? Also es ist jetzt irgendwie nicht, dass ich das Spiel so schlecht machen will. Das ist okay. Ja, gut. Durchaus, durchaus, okay. Ey, dieses Fort, was ist los? Wieso ist das so lang? Hm. Kann das denn nicht ein bisschen schneller fahren, bitte? Bitte! Okay, jetzt... Okay, jetzt... Spiel gleich. Nein. Ja, hier, diese... Oh Gott, ich muss mir dieses... Dieses... Was auch immer das ist, diese... Paddelmühle... Muss ich mir hier holen. Das missfällt mir. Wieso? Na, weil... Das ist so... Langsam. Ich will nicht durchrennen. Nein, 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 nein. Nein! Oh, Mann! Du tust mir leid. Ja, Fabi, ich muss mir dieses Baby-Geschrei dann auch anhören. Nein, 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 nein! Nein! Das ist Baby-Geschrei. So viel... Oh! Mittellinie! Nice! Könnte das das sein? Baby-Geschrei... Das ist eines der schlimmsten... Geschreie... Die skippt. Ist echt so. Ich mag das überhaupt nicht. Oder Baby-Niesen. Uah! Kinder-Niesen! Und Husten! Boah! Boah! Das ist so ekelhaft! Die husten immer gleich. Ja, die klingen alle gleich dabei... Boah! Und das... Das klingt doch so ekelhaft! Mhm. Letztens... Im Kaufhauf... Kauf... Ich muss mich gerade daran erinnern. Als wir so dann um die Ecke gegangen sind... Dann kann da so ein Kind um die Ecke... Und dann... Wir gucken uns an... Und dann liest es so... Ja! Boah! Mir ging es so... Durch Mark und Bein einfach... Mhm. Ich bin so froh, dass wir selber... Ja, so gleich sind... Oh Gott, das ist so ekelhaft... Oh Gott! So... Ich bin so froh, dass wir hier... Oh Gott, dass wir uns hier... Ich kack jetzt mal auf die Sonnenblume! Du kommst raus! Ja Alter, ich hab noch nie auf Sonnenblumen gekackt! Warum sollen wir das tun? Ach, Jo! Komm schon! Das ist Bullshit! Ich bin da gar nicht reingefallen! Ja? So, auf diese... Oh, was ein Bullshit. Jetzt ohne Spaß. Ist das irgendwie nicht so cool, weißt du? Du bist nicht so cool. Oder bist du es? Ich bin sehr cool. Was bezweifle ich? Ha, ha, verarscht! Komisches Mistvieh. Nein, 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 nein. Geht hin. Okay, da habe ich keinen. Und weg da. Noch nie mitlegen? What the fuck? Nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Gefakt, und er gefakt, und er gefakt war das. What the fuck? Mhm. Oh Gott, ein Frogo. Ich habe so wenig Platz, what the fuck? Great job, Yoshi! Now you will be Froggies lunch. Ha, 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 ha. Du, 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 du. Oh, der Frogo ist voll cute. Guck, wie der guckt. Er kommt so, ich esse dich. Ja, ist echt so. Was? Wir werden geschro... Und die Eier sind weg. Eww. Ich muss so an seinem Zipfel ziehen. Wow. Du musst, glaube ich, gegen die Dinge da oben schießen. Ja, was? Oh, er ging das Zäpfchen. So, wenn liegt das Zäpfchen eigentlich so in den Magen rein? Eigentlich gar nicht. Ich kann die Magen schleifen, wenn die werden schon rot. Die sind rot. Die waren aber eben noch anders farbig. Echt? Ja, ja, der kriegt langsam so eine Magenempsel. Eine Gastritis, Alter. Guck dir das mal an. Ne, Ekelhafte. Oh, fuck. Nein, Monsieur Baby. Monsieur Baby? Fang, überleg mal. Wie sollen die bitte Kamex-Schergen hier reinkommen? Ja, der frisst die. Das ist dumm. Oh, wie cool wie rot das ist. Ja, man, das brennt richtig. Oh! Oh! Disco-Magen. Das kackt er uns aus. Kuma hat uns ausgeschissen. Yeah. Ja, Yoshi guckt so. Okay. Eben jetzt vorher. Ja. Damit ist der Part zu Ende und wir sehen uns im nächsten Part. Dann spielen wir drei, fünf und das wird ein Spaß, Spaß. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss.